Aber kann ich ein bisschen lauter spielen? Genau. Wir stellen uns mal vor, hier sind richtig ein paar Zuschauer da und 50 Lichter und so. Chip, 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 chip. Okay, noch nicht spielen, noch nicht trommeln, noch nicht trommeln. Erstmal nur der Gesang. Wann geht's endlich los? Und jetzt. Wann geht's endlich los? Wo fangen wir jetzt hin? Chip, chip, chip. Wenn es heut nicht krumm, macht das keinen Sinn. Wenn er heut noch weiß, wie das wirklich war. So, der hat den Verheiß. Emil und Direktiven. Der macht die Sache klar. Der fährt mit uns nach Afrika. 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 Zweimal. Der fährt mit uns nach Afrika. Jetzt kommt die Trommel. Puff, Puff. Fabio Hortra, Puff, 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 Puff. Langsam und jetzt schnell. Alle, die sowas haben, genau, die Chaka-Chaka, wenn die mitmachen. Puff, 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 Puff. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 2, 3 2, 4 3, 4 3, 4 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 16 16 15 16 16 20 20 15 16 16 16 17 18 19 19 18 18 18 18 19 18 19 20 19 19 19 19 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 25 22 25 25 25 25 27 25 26 26 25 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Generationenorchester, zweiter Teil. Ich zähle es vier. Eins, Zwei, Drei, äh... Wir kommen alle aus Berlin, 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 Berlin Berlin Berlin! Der Pferd mit uns. Aha. Einen Schlag noch. Und... Kaff! Wow! Alle Musiker, die aufstehen, aufstehen, nicht weglaufen, nicht weglaufen. Zum Puppi-Puppi-Ding. Könnt ihr mal die Köpfe runter machen für einen Applaus? Und wenn ihr unten seid, seht ihr bis vier. Es gibt mehr Applaus, ja? Könnt ihr runterzählen, mach ich vier. Eins, zwei, drei. Das Generationenorchester, zweiter Teil. Wer mehr über eine lustige Methode oder so sieht, macht sehr viel Sozialarbeit. Und wenn ihr richtig kämpfliche Sozialarbeit, populare.de, da steht's drauf. Nochmal Applaus für das Orchester. Und für meine Kollegin Mena Pelles. Du bist schon so lange dabei. Und für meinen Kollegen Alfred Mena. Dankeschön. Jetzt machen wir mal eine kleine Pause. Und wie ihr oben lesen könnt, um 5.8 Uhr gibt es ein Abschlusskonzert. Und sagen wir auf Wiedersehen. Ja.